Alle, 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 alle. Servus und Hallo zu 1889fm, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit einer Sonderfolge nach dem Trainingslager. Ich wollte es eigentlich ein bisschen früher schaffen, aber dann haben wir es jetzt erst geschafft. Und danke, Robin Ziegele, dass du Zeit hast für mich und für uns Fans bei der Podcast-Ausgabe. Ja, sehr gerne. Servus auch erstmal an alle. Du kommst ja gerade aus dem Training, ist ungeduscht noch. Ja. Also genau, extra für uns noch. Ich hoffe, du hast so genug Sicherheitsabstand. Ja, ich bin auch ungeduscht. Ja, wir fangen mal so ein bisschen an mit deinem ganz kleinen Werdegang. Wie ist der kleine Robin zum Fußball gekommen? Dann würde ich einfach mal sagen, ganz klassisch durch meinen Papa. Der hat auch immer schon Fußball gespielt und habe aber auch schon, glaube ich, in der Wiege angefangen, mit dem Ball ein bisschen rumzuspielen. Hat meiner Mama erzählt, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ja, dann, wo ich dann ein bisschen älter geworden bin, beim Papa war ich immer beim Fußball gewesen und so kam das dann. Altersmäßig so fünf, sechs? Ich glaube, ich habe im Verein angefangen mit drei, drei mit vier. So, ja doch, drei oder vier war ich. Da habe ich dann angefangen. Transfermarkt sagt TSG Mörse, das ist ein Vorort von Wolfsburg. Ja, damals war es noch JSG Mörse eben. Also Mörse und Eben sind direkt nebeneinander, zwei kleine Stadtteile in Wolfsburg. Und ja, damals hieß es JSG Mörse eben und da habe ich angefangen. Und wie lange warst du da? Weil da steht jetzt nur ein Jahr, aber das glaube ich nicht, oder? Also wenn du in der E-Jugend angefangen hast. Wenn wir davon ausgehen, sagen wir mal mit vier angefangen. Mit sechs bin ich dann zum VfL, also zwei Jahre. Und dann war ich dann schon beim VfL. Gab es da schon so gutes Scouting in der E-Jugend oder wie ist das passiert? Damals war es so, da gab es wie so einen Talenttag. Da waren 100 Jugendliche und 100 Kinder eingeladen. Die haben dann sozusagen vorgespielt. Und von den 100 wurden dann zum nächsten Mal, sage ich, immer nur 50. Und immer weiter, bis man eine Mannschaft hatte. Und dann, muss ich jetzt lügen, waren wir vielleicht 15 am Ende, die dann eine Mannschaft waren. Vielleicht auch ein bisschen weniger, ich weiß es nicht mehr genau, aber das war dann so die Mannschaft, die dann zustande kam. Und dann hast du relativ viel Zeit bei Wolfsburg verbracht. Hast du da daheim gewohnt oder musstest du da auch mal dann ins NLZ, weil allein für die Gemeinschaft oder wie läuft das da ab dann? Ne, also ich bin ja gebürtiger Wolfsburg, bin auch dort geboren. Für mich war es halt Gold wert, dass ich immer bei meinen Eltern wohnen konnte. Heißt, ja, in meiner ganzen Jugend konnte ich immer bei meinen Eltern leben. Hotel Mama habe ich natürlich genossen. Das war für mich natürlich super. Also ich konnte, ja, hatte immer meine Familie bei mir. Konnte trotzdem da meinen Sport machen, die haben mich da immer unterstützt. Auch dann, ich sage mal, in der Jugendzeit, wo wir dann 14, 15 waren, waren viele dann aus Berlin oder Hamburg oder sonst irgendwo her, aus ganz Deutschland, die dann im NLZ gewohnt haben, im Internat in Wolfsburg. Und ich hatte immer das Glück, dass ich dann zu Hause bei meinen Eltern war. Hast du dann noch außerhalb des Leistungszentrums Freunde gehabt oder wie sah das aus? Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte, ich sage mal, meine Fußballfreunde, meine Schulfreunde und das war, glaube ich, auch ganz gut, dass ich da beides hatte. Also es wurde euch nicht verboten, privat noch kicken zu gehen, also war es trotzdem noch am Bolzplatz? Ah ja, das sowieso. Also ich glaube, früher als kleines Kind hatte man Energie ohne Ende. Ich glaube, ich habe ein Jahr oder zwei Jahre neben dem Fußball, glaube ich, noch Handball gespielt, weil ich einfach Bock drauf hatte. Damals war ich natürlich noch nicht so auf Training, aber dann, natürlich, wo ich älter geworden bin, natürlich noch auf den Fußball konzentriert, dann auch nicht mehr so auf den Bolzplatz gegangen, weil man doch irgendwie ein Verletzungsrisiko hatte. Aber sonst, muss ich sagen, war es wirklich eine schöne Zeit in Wolfsburg. Dann hat es anscheinend nicht geklappt, in die erste Mannschaft zu kommen. Wie hat sich das abgezeichnet? Warst du enttäuscht, dass der Sprung nicht geklappt hat oder wie ist es dann zu Ende gegangen? Also ich hatte immer, oder mein Ziel, mein Traum war es immer, sozusagen als Wolfsburger jung, dann auch für Wolfsburg in der Bundesliga zu spielen. Ja, wie du schon gesagt hast, hat es leider nicht ganz geklappt. Hat dann vielleicht noch ein bisschen gefehlt. Aber so ist das im Leben. Ich glaube, dafür hatte ich dann, mein Werdegang war da und meine Karriere bis jetzt kann sich da auch sehen lassen. Hast du damals mitbekommen, wie Regensburg in der Relegation da war? Ich war sogar im Stadion. Das war mein letztes A-Jugendjahr. Da hat dann die U23 von Wolfsburg gegen die Jahn gespielt. Andy Galpe stand auf dem Feld. Da bin ich immer noch ganz begeistert, dass ich dir damals schon zugucken durfte, wie er da rumstolpert. Aber ansonsten rumgrätscht. Ich habe mir das angeguckt. Da habe ich sogar noch ein Bild von, wo ich im Stadion war. Also da kann ich mich ganz gut dran erinnern. Da bist du wahrscheinlich auch noch ausgegangen, dass Wolfsburg da locker beim Jahn den Aufstieg packt. Ja, wäre für mich in dem Moment auch dann gut gewesen, weil im nächsten Jahr war ich dann in der U23. Aber das hat schon alles gepasst, so wie es war. Dann bist du nach Braunschweig gewechselt. Und dann sieht deine Karriere, sorry, ein bisschen holprig aus. Bis du zu deinem Traumfeier ein Jahr in Regensburg gekommen bist. Vielleicht kannst du dir mal ein bisschen beschreiben. Das waren offensichtlich, was sind es, drei und zweieinhalb sehr turbulente Jahre, bis du zu uns gekommen bist. Ja, man muss sagen, für mich war es natürlich, ja, der Wechsel da nach Braunschweig war super. Ich hatte immer noch meine Familie, meine Freunde in der Nähe. Man fährt aus Wolfsburg nach Braunschweig 20 Minuten. Hab zwar in Braunschweig gelebt, hatte dort eine Wohnung. Weil ich einfach nicht jeden Tag fahren wollte. Und dort dann, ja, direkt in meinem ersten Profi-Jahr dann direkt aufgestiegen in die Zweitliga. War für mich persönlich natürlich super. Dann auch einige Spiele in der Zweitliga gemacht. Ja, dann sind wir in Braunschweig dann wieder abgestiegen. Also habe ich schon irgendwie gefühlt dann alles erlebt. Aufstieg, Abstieg. Da war ich zweieinhalb Monate vereinslos, wo ich sagen muss, das war für mich die schwierigste Zeit in meiner Karriere, weil man aktiv selber nichts machen kann. Man kann sich fit halten, laufen, individuell trainieren. Aber das ist halt nicht das Gleiche, wie wenn man eine richtige Mannschaft hat, wenn man da im Mannschaftstraining ist. Und da muss ich natürlich dann, ja, auch erstmal ein bisschen einstecken, einen Schritt zurückgehen. Bin dann in die Regionalliga zu Preußen Münster gegangen. Dort hatte ich wirklich auch ein super Jahr. Münster an sich, von der Stadt her, vom Verein her, die Jungs, die damals in meiner Mannschaft waren, war super. Hab auch viel gespielt, haben dann auch auf dem Aufstieg mitgespielt. Und ja, ich glaube, am Ende hat es dann, ja, wegen drei Toren, die Rot-Weiß-Essen mehr hatte, sind die noch aufgestiegen und nicht Holzen Münster damals. Ja, nach der Saison bin ich dann zu Zwickau gegangen, wieder in die Drittliga. Was für mich persönlich dann auch erstmal wieder gut war, ich sag mal, in den richtigen Profifußball reinzurutschen. Dort, ja, mit Joe dann, mit Joels Trainer auch viel gespielt. Am Ende sind wir da leider auch abgestiegen. Und dann kam der glorreiche Wechsel zum SSV-Jahre in Ringsburg. Ja, genau, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber du hast es erwähnt. Ich habe nur gesehen, du hast die letzten Spiele in Zwickau nicht mehr gespielt. Hat er dich da schon geschont für die neue Station? Nee, da hatte ich, ja, ein bisschen Verletzungspech. Da hatte ich im Februar ein Muskelfaserriss in der linken Wade und im April in der rechten Wade. Also vorher noch nie was gehabt, noch nie ein Muskelfaserriss gehabt und dann in so kurzer Zeit direkt zweimal. Heißt, ich konnte aktiv, ja, nichts daran ändern am Abstieg. Aber so ist das dann auch mal. Okay, dann stimmen da die gepflegten Daten nicht. Also du warst da verletzt, das war nicht leistungsbedingt. Was mir aufgefallen ist aber jetzt, weil du es ansprichst, Anschlussfrage, dass wenn du bei uns mal zwei, drei Spieltage verletzt bist, ist es auch meistens muskulär. Zieht sich das, also zieht sich das seitdem ein bisschen durch oder ist es eine andere Geschichte? Ja, das ist immer auch so eine witzige Geschichte, wo die Jungs mich natürlich auch mal ein bisschen aufziehen, dass ich immer mal ein bisschen was mit den Waden habe. Also vorher wirklich nie irgendwas gehabt. Und seitdem der erste Muskelfaserriss da war, hatte ich dann letzte Saison auch links und rechts ein. Aber bis jetzt, toi, 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 klopfen wir mal lieber aufs Holz dreimal, ist wirklich alles top. Musst du nicht so explosiv sprinten vielleicht. Ja, vielleicht bin ich auch zu schnell, da kommen die Muskeln nicht hinterher. Ja, genau. Im Alter wird es dann, sind die Füße dann schneller als das Gewebe. Ja, vielleicht. Also die Frage auch im Discord war, wie ist der Kontakt zum Jahn zustande gekommen, aber es war dann der kurze Dienstweg, oder? Der Joe hat gesagt, den will ich und dann fertig. Ja, muss man auch einfach so sagen, das kam dann über den Joe. Ich und Joe haben auch ein super Verhältnis gehabt, kam immer gut miteinander klar. Und ich glaube, für den Spieler selbst, wenn man mit dem Trainer gut klarkommt, kann das auch Türen öffnen, für mich in dem Falle dann nach Regensburg. Wie hast du es von Anfang an so ein bisschen erlebt, weil ich meine, das war eine komplett neue Mannschaft. Der Achim war wieder neu zurück und als Sportdirektor. Wie sind da die Gespräche verlaufen und wie war dein Gefühl? Also es muss ja gut gewesen sein, sonst wäre es nicht hier, aber zumindest einen kleinen Einblick. Wie ist das gelaufen? Ja, ich glaube, Achim und Joe war es vor allem wichtig, dass wir in erster Linie menschlich hier nach Regensburg passen. Und deswegen haben die, ich glaube, mit den meisten Spielern, die neu dazukamen, erst mal getroffen, erst mal sozusagen eine Schnupperphase gehabt. Und ja, ich glaube, da konnten wir uns auch dann ganz gut riechen. Es hat einfach gepasst. Muss man aber auch sagen, mit Achim und Joe, die haben da einen super Job gemacht, weil bei so vielen neuen Spielern, dass es menschlich bei allen so gut passt. Ja, das war eine schwere Aufgabe, aber die haben es super gemacht. Kurz Werbeunterbrechung und natürlich darf der Dank an unseren treuen Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club, auch in der Sonderfolge nicht fehlen. Es gibt natürlich zahlreiche Gründe, warum ihr dort zum Trainieren anfangen sollt. Zum einen bei der Hitze eines der wenigen Fitnessstudios, das eine sehr gute Klimaanlage hat. Das fehlt ja dann oft bei den ganz günstigen dann schon. Ich werde vermutlich wieder vorbeischauen, aber eher mal zum Saunieren. Grüße an den Saunapartner. Man kann Jarnspieler da treffen, man bekommt eine super tolle Rundumbetreuung. Und wenn man sich entscheidet, das Codewort 1889FM bzw. Jarnpodcast bei der Anmeldung zu nennen, bekommt man einen vergünstigten Tarif und obendrauf noch ein neues Trikot mit Wunschflock. Wenn das nichts ist, dann kann ich euch auch nicht helfen. Also macht einen Termin beim Rebest Fitness Club aus. Einfach WhatsApp, Kontaktformular oder klassisch per Telefon. Wie ihr die erreicht, lest ihr in den Shownotes oder auf 1889FM eben unter der jeweiligen Folge. Jetzt geht's weiter. Der Tobi hat ja mal gesagt, die ersten Wochen waren so ein bisschen Schullandheimfeeling. Ihr wart alle im gleichen Hotel. Ja, das war auch ein bisschen ungewöhnlich, oder? Absolut, ja. Aber ich muss sagen, das war echt sau cool. Also wir sind dann, wir haben uns morgens beim Frühstück immer alle getroffen, da über den Weg gelaufen, sind abends immer mit 15 mal ein Essen gegangen. Ich glaube, das hat uns dann auch schon relativ schnell gut zusammengeschweißt. Und dass wir dann, ja, auch so eine Saison spielen mit Höhen und Tiefen. Ja, muss man einfach sagen, das ist uns dann zugute gekommen, dass wir alle in dem Hotel waren. Ja, du sprichst es an, die Saison. Wir sind ja relativ in Ordnung gestartet. Und dann kamen irgendwann mal diese zehn Spieltage, wo wir eigentlich alles, wo wir immer gewonnen haben. Und auch manchmal im letzten Drücker. Hat man sich dann irgendwann mal, ja, unbesiegbar gefühlt? Oder wie ist da so das Gefühl? Ja, also du gehst auf jeden Fall anders in so eine Spielerei, wenn du so eine Siegesserie im Rücken hast. Dann gehst du halt aufs Feld und sagst, ja, aus Spaß ist halt auch, ach, egal was passiert, wie gewinnt sowieso. Weil halt in so einem Flow drin war es, das war wirklich unglaublich. Wir haben alles reingeworfen, alles weg verteidigt. Und vorne haben wir immer irgendwie ein Tor gemacht. Und das war einfach eine geile Zeit, muss man sagen. Also diese zehn Siege, das hatte ich, glaube ich, auch noch nie in meiner Karriere, dass ich so oft hintereinander gewonnen habe. Das war, muss man einfach sagen, einfach geil. Ja, das kann ich nur bestätigen. Aber dann kam die zweite Saisonhälfte und du bist jetzt erst ein Jahr beim Jahr. Ich kann halt sagen, meistens ist es die zweite Saisonhälfte schlechter als die erste. Da habe ich bloß zwei Saisons, wo es in den letzten 13 Jahren nicht so war. Vielleicht mal aus deiner Sicht, warum es letztes Jahr dann nicht mehr ganz so geil gelaufen ist in der zweiten Saisonhälfte. Ja, das kann ich ja bis heute, muss ich ehrlich sein, gar nicht so genau sagen. Also nach den Spielen haben wir uns angeguckt, haben wir natürlich ein bisschen über das Spiel geredet und haben gesagt, ja, wir machen nichts Neues. Wir machen alles wie immer, hängen uns voll rein. Also wenn jemand sagt, dass wir da nicht gekämpft haben oder irgendwas, für mich ist das völliger Quatsch. Also wir haben uns in jedem Spiel 100 Prozent gegeben. Es gibt natürlich immer welche, die da von außen sagen, nee, ist nicht so. Die haben gespielt wie kein Ehrgeiz, nicht 100 Prozent gegeben. Also von den Leuten muss ich sagen, da halte ich nichts von, weil wir auf dem Platz wissen, dass wir Vollgas geben, dass wir immer gewinnen wollen und manche Spiele, ja, hast du auch einfach Pech oder eine Phase, wo es dann halt einfach nicht läuft. Und die Phase hatten wir, mussten selber nicht genau, woran es lag, aber wir haben es genau richtig gemacht. Wir haben einfach weitergemacht, nicht die Köpfe hängen lassen. Natürlich hat es dann auch mal geknallt, aber das war auch gut so und am Ende ist dann alles gut gegangen. Du sprichst es an, das ist auch so ein bisschen typisch. Jan, dass man sich schwer tut und am Ende geht es dann doch immer irgendwie ganz gut aus. Und relegationsmäßig, ich war sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann hat der Jan wieder irgendwie, das ist irgendwie Vereins-DNA, Relegation kann man nicht verlieren. Ja, keine Ahnung, also einfach nur Einblicke, wie du die Relegation erlebt hast, weil du warst ja da auch einer der entscheidenden Faktoren davor, danach, beim Feiern. Vor allem beim Feiern. Nee, also ich muss sagen, ich hatte nicht einen Moment, wo ich gesagt habe, boah, weiß ich jetzt nicht, war immer 100% überzeugt von, dass wir das Ding holen. Ich glaube, das war aber auch bei jedem so. Also wir hatten nicht einer, der sich in die Hosen geschissen hat oder der nervös war. Oder wir haben gesagt, wir machen das wie immer, wir gehen voll in die Spiele rein mit 100% und hauen ihren einfach weg. So ist es dann gekommen, wenn man das jetzt ganz grob sagen kann. Wir sind rein in die Spiele gegangen, Vollgas gegeben, gewonnen und fertig. Aber ich habe dann noch was gefunden im Nachhinein, zum Glück, sonst hätte ich es davor schon angebracht. Also im Turmfunk zum Beispiel. Ich habe mir das Relegationsspiel von, ich weiß gar nicht wann es war, 2019, Wolfsburg 2 gegen Bayern angeschaut. Ja. Und da hat irgendjemand so in der, weiß ich nicht, 92. Minute so eine 100%ige Chance gegen die Latte geschossen. Wisst ihr das dann nochmal vor Augen? Hast du dir gedacht, hoffentlich haue ich ihn diesmal rein, wenn ich in die Situation komme? Oder ja, hat dich das geprägt? Ja, geprägt, weiß ich jetzt nicht. Aber es war halt Jordan-D-Moment natürlich absolut bitter. Vor allem wir haben das Hinspiel damals gegen Bayern 2, haben wir zu Hause 3-1 gewonnen. Im Rückspiel 1-0 geführt, dann kriegst du halt noch vier Dinger. Und in der 92. Minute habe ich, glaube ich, sogar zwei Aktionen. Einmal aus fünf Metern gegen Latte gehauen. Bei den anderen, sag ich, müssen wir noch einen Elfmeter damals bekommen. Aber ja, so ist der Fußball. In dem Moment habe ich die Relegation da nicht gewonnen. Aber jetzt beim zweiten Mal habe ich es eigentlich gepackt. Und deswegen dann vielleicht auch das ausdauernde Feiern. Also es war ja schon eine geile Geschichte. Auch immer noch Danke an Wiesbaden, dass die uns da bis Mitternacht in dem Stadion haben lassen. Und du warst einer der Redelsführer, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem musikmäßig. Woher habt ihr diese unfassbar krasse Bassbox? Weil ich meine, dieses Stadion war vorher nicht so beschallt, wie ihr. Also als ihr mit diesem Ding auf den Platz gekommen seid, habt ihr da mehr Musikleistung reingebracht, als die ganze Anlage von dem Stadion. Ja gut, also als Heimmannschaft willst du natürlich da jetzt auch nicht so die Musik laufen lassen. In dem Moment dachte ich mir, gut, wir hatten noch eine größere Box, die braucht aber Strom. Da habe ich die Kleine mit rausgenommen, dass wir dann draußen einfach ein bisschen was zu feiern haben, mit den Fans auch, weil die uns natürlich die ganze Saison über auch absolut unterstützt haben, dass die dann auch ein bisschen was zurückbekommen. Und ich glaube, es war einfach in dem Moment, wir machen eine coole Aktion. Jeder hat da mitgefeiert. Ich als Kabinendj vor dem Spiel, habe dann meine Tracks rausgehauen. Natürlich auch mit Josef Menzel, wo ich voll integriert bin. Nee, war schon echt cool, muss ich sagen. War es ein Thema in der Mannschaft, dass ja so ein, zwei Leute eine Strafe vom DFB bekommen haben? Ja, ich weiß noch, in dem Moment, wo da die Pyrotechnik in der Hand war, von den Personen, die die in der Hand hatten, habe ich mir in dem Moment wirklich gedacht, oh nee, das hatte ich in Baunschlag damals auch. Also nicht ich persönlich, aber da hatte auch jemand einen Bengalo in der Hand, musste dann eine Strafe zahlen. Aber in dem Moment konnte ich es leider auch nicht mehr verhindern. oder war einfach zu euphorisch, habe gesagt, scheißegal, das ist jetzt geil. Ja, wir hätten die Frutus verschwinden lassen müssen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Du hast den Menzelabend angesprochen, das war tatsächlich auch eine Frage von mir. Wie wollte das Zusammenhaltsgefühl jetzt mit den Neuen machen? Wann ist der nächste Menzelabend geplant? Das läuft schon in der Kabine seit dem ersten Tag rauf und runter, dass die direkt wissen, wo die gelandet sind. Und dass sie auch die Lieder kennen, wenn es dann mal losgeht zum Josef Menzel, dass sie dann auch alle mitsingen können. Habt ihr dann im Trainingslager die freie Zeit auch genutzt zum, ich weiß nicht, UNO spielen, ist UNO noch ein Thema? Ich bin ja nicht so in der UNO-Fraktion drin, ich bin ja in der Schafkopf-Fraktion drin. Da haben wir auf jeden Fall, ich weiß nicht, zwei oder drei Abende, neben dem Fußball noch, haben wir in der Schafkopf gespielt. Und ansonsten muss man sagen, waren wir auch eigentlich abends oft einfach viel zu kaputt, um irgendwas zu machen. Aber zwei, drei Abende haben wir da auf jeden Fall Schafkopf gespielt. Wer ist aus deiner Sicht der beste Schafkopf-Spieler? Darfst du auch dich selbst nehmen. Leider, leider muss ich sagen, das ist schon Andi Geipel. Aber der hat auch, glaube ich, jahrelange Erfahrung damit. Jetzt mal wieder ein bisschen zum Sportlichen. Du kommst gerade vom Training, wir hocken im Trainingsgelände. Was ist der Schwerpunkt in dieser Woche? Da muss man kurz überlegen. Also heute haben wir das Spiel mit dem Ball, gegen den Ball gemacht, dass wir uns da auf jeden Fall auch verbessern. Das hat uns in den Testspielen auch noch so ein bisschen gefehlt. Und die Abstimmung, haben wir dann doch schon nochmal ein paar neue Spieler, die das dann auch nochmal reinbekommen müssen. Und allgemein muss dann jeder miteinander die Feinabstimmung haben, dann auch, wie gesagt, mit den neuen Spielern, mit den alten Spielern, die Ticken, das muss man dann auch alles nochmal so ein bisschen herausfinden. Das haben wir dann natürlich heute gemacht. Gestern haben wir ein Turnierchen gespielt. Da ist Spaß und Feuer verbunden, sage ich jetzt mal. Nee, muss ich sagen, die ganze Verarbeitung arbeiten wir wirklich sehr gut. Jeder zieht mit. Natürlich dann auch einfach traurig mit der Verletzung von Christian Schmidt im Kreuzbandriss. Aber man muss sagen, bis dahin haben wirklich alle super durchgezogen. Ja, brauche ich jetzt gar nicht mehr fragen, was das Verbesserungspotenzial ist. Du hast schon angesprochen, als hättest du die Turmfunk-Übertragung gehört im Testspiel-Turnier. Weil das ist genau das, was ich auch moniert habe. Man hat halt gesehen, dass da noch viele neue drin sind, dass da noch viele Abstimmungsprobleme sind. Aber genau, also ich konnte es halt nicht einschätzen. Aber Linz hat wahrscheinlich da mit ihrer ersten Mannschaft gespielt, weil die zweite ist ja dann ein bisschen gegen die Kickers untergegangen. Aber das war schon knackig, oder? Das Testspiel. Ja, das auf jeden Fall. Man muss doch sagen, wir haben uns da in der Woche gut drauf vorbereitet. Wie du schon sagst, war echt knackig bei den Temperaturen. Aber ich meine, beide Mannschaften müssen damit umgehen. Kann auch sein, dass jetzt gegen Hannover oder gegen Ulm genauso eine Temperaturen sind und wir 100 Prozent geben müssen. Aber dafür haben wir auch die Vorbereitung, dass wir dann auch in so ein Spielen Vollgas geben können, bis zur 90. oder sagen wir mal 95 Minuten mit Nachspielzeit, dass wir da 100 Prozent geben und bis zum Schluss kämpfen. Jetzt starten wir dann in die zweite Liga eben in Hannover gleich, auswärts in einem relativ großen Stadion. Hannover ist jetzt, also für mich, ich weiß nicht, du kommst da eher aus der Gegend, aber für mich ist es jetzt nicht so ein glamouröser Verein, aber natürlich einer mit sehr viel Erste- und Zweitliga-Tradition. Ja, wie groß ist die Vorfreude auf die zweite Liga? Ja, riesig. Also ich persönlich muss sagen, in dem Jahr, wo ich Zweitliga gespielt habe, war leider Corona und waren natürlich dann die Stadien leer. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass halt, also ich glaube, dafür spielt man auch Fußball, dass man genau so eine Spiele hat, so wie in Hannover, Berlin, Hamburg, dass man da vor 50.000 Zuschauern spielen kann und wenn man da noch auswärts gewinnt, ist es natürlich umso schöner. Es ist einfach ein geiles Gefühl, dann als Fußballer so eine Spiele bestreiten zu können. Ja, du hast angesprochen, aber was wird dein Highlight sein? Also auf welches Stadion freust du dich am meisten? Boah, das ist echt schwer, muss ich sagen. Da habe ich echt ein paar Favoriten. Also ich freue mich extrem auf Hamburg, muss ich sagen. Auf Hamburg freue ich mich extrem. Köln, Hertha. Die drei sind es. Und für mich natürlich dann auch persönlich dann auch nochmal noch Braunschweig. Ja, wie siehst du die, also was glaubst du, wird die Rolle vom Jahn sein? Also meine Theorie ist ja immer am Anfang eben, werden die uns vielleicht ein bisschen unterschätzen und danach wird es knackiger. Aber das kann sich natürlich auch ändern. Bis jetzt war es immer meistens so. Ja, wie glaubst du, finden wir in diese zweite Liga rein? Weil der Vorteil ist ja eher die Eingespieltheit. Aber in Anführungszeichen der Nachteil ist halt, ganz viele Zweitliga-Erfahrungen ist jetzt nicht, sondern halt die Leute, die die dritte Liga jetzt bestanden haben, haben wir halt versucht zu halten und zum Glück auch größtenteils geschafft. Aber du hast schon ein bisschen zweite Liga-Erfahrung, aber so dieser richtige Zweitliga-Block, den haben wir halt gerade nicht, sondern eher die jungen Wilden, die die zweite Liga auch gestanden haben. Ja, aber ich glaube, den brauchen wir auch nicht unbedingt, diesen Zweitliga-Block. Also wir haben ein paar absolut gestandene Spieler, wenn man mit Andi, mit Bene, Biete, Baller, Kai, also Bundesliga-Erfahrung, Kühli, also das sind schon manche, die die Erfahrung haben, die uns dann auch natürlich dann helfen können oder helfen werden. Das ist eine gute Mischung. Genau, die jungen Wilden, wie du schon gesagt hast und die Erfahrung, dass man das verbindet. Ich glaube, das passt ganz gut und ja, was bei uns natürlich an erster Stelle steht, ist der Mannschaftszusammenhalt. Das hat uns letztes Jahr geholfen, das wird uns dann auch dieses Jahr helfen, denke ich. Ja, ich denke auch. Also vor allem halt, selbst wenn man mal eben saulange eine Scheißphase hat, wie oft haben sich irgendwelche noch am allerletzten Spieltag gerettet. Richtig. In unserem Abstiegsjahr wäre das auch noch möglich gewesen, aber da war wahrscheinlich die Stimmung schon am Boden. Aber wie du schon sagst, bis zum letzten Drücker, und man weiß ja nicht, vielleicht starten wir ja auch wieder sehr gut in dieser Saison und müssen uns da erstmal keine Gedanken drüber machen. Ja, das wäre natürlich super. Das würde ich ja dann auch direkt unterschreiben. Ja, ist halt jetzt schwierig, also finde ich, weil ich meine, die zweite Liga, da haben halt sehr viele große Brocken. Man hat da dann auch mal drei oder vier auf dem Papier unschlagbare Gegner hintereinander. Also da muss man sich, glaube ich, psychisch auch darauf gefasst machen, dass da halt mal drei Spieltage Scheiße läuft, auch wenn man die 100% Leistung abruft und dann geht's wieder weiter. Ich muss es mir auch selbst an die Nase fassen, weil ich bin ja da einer, der sehr schnell zum Granteln anfängt. Der Hanne sagt neben uns und nickt den Kopf. Ja, er muss mich da auch manchmal einbremsen. Jetzt wird's ein bisschen wild mit den Fragen, weil die hab ich jetzt nicht mehr chronologisch, sondern das sind Community-Fragen. Also... Ja, immer her damit. Ja, was ist dein Vierer- oder Dreierkette? Wo spielst du lieber? Viererkette. Dein größtes Idol? Dein größtes Idol war immer Thiago Silva. Warum? Weiß ich, weil er, ja, ich sag mal, vom Spielerischen her, er ist so groß wie ich ungefähr, als Innenverteidiger ist er auch nicht der Größte, macht halt viel mit dem Stellungsspiel weg und ich fand einfach immer seine Spielart, wie er spielt, das hab ich mir so ein bisschen als Vorbild genommen, dass ich dann halt versuche, genauso zu spielen. Ist ja auch sympathisch, dass nicht sofort Messi oder Ronaldo gekommen ist. Ja. Eine arrogante Ringsburger Frage, wie lebenswert ist Wolfsburg? Als Wolfsburger super, als Nicht-Wolfsburger nicht so schön. Ja, es kam die Anmerkung, wenn nicht kommt, das Schönste an Wolfsburg ist die Autobahn nach Hannover. Nee, nee, Wolfsburg. Das Museum ist ganz gut. Alleine mit der Autostadt, also das gibt's nur einmal in Deutschland, sowas, sag ich. Aber das ist ja so ein bisschen, also ich als, was heißt Ringsburger, als zugezogener Ringsburger, war auch die ersten fünf Jahre gar nicht im Dom. Warst du überhaupt schon in der Autostadt? Ich in der Autostadt? Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, oft ist es ja so, dass man dann die Sehenswürdigkeiten in der Eigenstadt gar nicht besucht, weil es ja irgendwie so ganz normal ist. Ja, kommt schon vor. Nee, aber wie gesagt, als Wolfsburger, für mich persönlich ist es halt, ich verbinde halt mit Wolfsburg, Heimat, Familie, Freunde, ich hab alles da, was ich brauche. Wenn irgendwas ist, rufe ich den an, oh, da hab ich wohl den, da rufe ich den an. Das ist halt für mich das Gute. So, aber wenn du jetzt, ich sag mal so, wenn du ein bisschen mehr Action haben willst, fährst du 20 Stunden auf Braunschweig, fährst du 40 Minuten nach Hannover, nach Berlin, zwei Stunden nach Hamburg. Also von der Lage her ist Wolfsburg natürlich super. Und wie gesagt, als Wolfsburger selbst ist es super, als Nicht-Wolfsburger vielleicht, ja, ein bisschen langweilig. Wenn der Zug am Bahnhof hält, das den Witz dazu bringt. Da kommt aber dann auch die Frage, weiß nicht, ob die Leute sich da großartig Gedanken gemacht haben, aber Dorfkind oder Stadtmensch? Ja, dann eigentlich eher ein Dorfkind. Also direkt in Stadt, das ist nichts für mich. Lieber so ein, so ein Zwischending. Also wohnst du in Ringsburg auch nicht in der Altstadt? Richtig, das wäre mir zu viel. Zu viel, zu viel Touristen. Zu viel, ja, zu viel drumherum, zu viel Tamtam. Dein Lieblingsbier? Bischofshof, muss ich jetzt natürlich sagen. Das glaubt dir halt nur keiner. Boah, mein Lieblingsbier, also seit ich hier bin, trinke ich, trinke ich nur Helle. Pilz fasse ich nicht mehr an. Ansonsten, ja, bin ich da offen, offen für jedes, für jedes Helle. Mit dem Conny habe ich ziemlich ausführlich drüber gesprochen, wie es mit der Essenslandschaft hier in Ringsburg aussieht. Hast du ein Lieblingsrestaurant oder bist du eher so der Kneipengänger? Was kannst du dir empfehlen? Gibt es einen Geheimtipp? Ich bin da echt ganz, ganz einfach gestrickt. Ich brauche nichts Spezielles, also ich esse von allem, von allem irgendwas. Aber ich esse hier gerne Pasta und da ist ein Geheimtipp von mir, ist die Pasta Rustica. Die machen da doch die Nudeln selber und alles ganz, ganz frisch. Ja, so ein halber Geheimtipp, ich glaube. Pasta Rustica ist schon auch ein... Ja, ist jetzt natürlich schon bekannt, aber für mich ist das so, dass das was am besten ist. Sehr gut, ja, passt ja. Wenn du dir einen Spieler wünschen dürftest, welchen würdest du hierher transferieren? Boah, gar keinen. Baue ich nicht. Ich bin mit den Jungs zufrieden, die da sind. Die sollen sich an die hochziehen und nicht an den neuen. ich weiß nicht, wer jetzt hier noch, wer ich mir wünschen würde, ja, viele würden jetzt vielleicht ein Messi oder irgendwas sagen, aber das brauchen wir nicht. Nee, da wäre ich auch fast dagegen. Das brauchen wir nicht. Da müssen wir viel zu viele Trikots flocken. Ich würde gerne hier Hannes, Hannes mal auf dem Fußballfeld sehen, aber sonst, den würde ich mir dann gerne herholen. Ich sage dir, der hat uns so zerstört im bunten Liga-Turnier. Wahnsinn. Stark. Der Kerl. Und ich habe auch gehört, wenn wir schon über Hannes sprechen, beim Rehwag 4-Belauf hat er ohne Training eine Top-Zeit abgeliefert. Ich hasse so Menschen, die nicht trainieren müssen und dann besser sind das alle anderen. Ich sage jetzt nichts, aber machen wir weiter. Erzähl du euch. Nee, nee, nee. Das ist schon okay. Neue Saison, neuer Kabine-DJ oder behältst du Spy oder wer? Nö. Wie läuft's? Ich behalte Spy. Also, da ziehe ich meinen Job knallhart durch. Gibt's neue Lieder oder bleibst du bei den alten Kamellen? Ein paar alte auf jeden Fall, aber was Neues brauchen wir natürlich auch. Können nicht wieder ein Jahr lang nur dasselbe hören. Gibt's schon was Neues oder? Nö, muss noch ein bisschen auf Suche gehen. Wie schätzt du den Standort Regensburg im Vergleich zu anderen ein? Ist es hier lebenswerter, familiärer, fokussierter oder gibt's nur die typischen Oberpfälzer, die klammeln und mit nichts zufrieden sind? Nee, ich muss sagen, ich habe jetzt natürlich, ja, auch schon in Deutschland viel gesehen. Habe im Norden, im Westen, im Osten und jetzt im Süden gewohnt. Da hatten wir der Süden. Ja, außer, ich sage mal, Wolfsburg klammere ich noch mal ein bisschen aus, weil für mich ist Heimat Heimat. Da gibt's nichts, was besser ist, aber da ist der Süden, vor allem jetzt auch Regensburg. Finde ich einfach nur absolut wahnsinnig, das ist traumhaft. Meine Frau und ich, wir fühlen uns hier wirklich super wohl, kommen super mit den Menschen hier, klar, wir sind beide auch nicht so so eine Großstadt-Fans, also Regensburg ist für uns wirklich genau das Richtige. Was macht ihr dann so, wenn ihr Freizeit habt? Chillt ihr eher so am Regen oder geht ihr spazieren oder habt ihr einen Hund? Nee, einen Hund haben wir nicht. Meine Frau will natürlich immer gerne spazieren gehen, aber da muss ich mich immer überreden. Manchmal geht's dann auch halt einfach alleine, weil ich keine Lust habe. Es verändert sich dann natürlich im Oktober, wenn der Nachwuchs dann da ist. Aber ansonsten wir unternehmen halt viel untereinander. Also mit den Jungs, mal mit dem, mal mit dem. Dann ich und meine Frau gehen, ja, gehen gerne noch ins Kino, muss man sagen. Ja, da gibt's ja in den Regensburg auch sehr viele. Also gehst du da auch in die Altstadt-Kinos oder geht ihr eher ins Cinemax? Ah, wir waren schon im Cinemax, aber ansonsten, wie gesagt, wir gehen einfach gerne, wir sind aber auch gerne zu Hause, aber wenn, dann gehen wir gerne raus, machen was mit den anderen. Ja, wenn schönes Wetter ist, natürlich dann auch mal irgendwo an See oder ins Freibad. Das passt schon auf jeden Fall. Das war's jetzt, so von meinen Fragen. Mir fällt auch nicht großartig was ein, außer vielleicht willst du noch was von mir wissen, also von uns Fans. vielleicht eine Frage, die dir mal auf den Lippen, wo du dir denkst, ja, ich geh jetzt nicht in die Kurve und... Boah, ich hätte ein Anliegen, muss ich echt sagen. Aber ich bin kein Ultra. Nee, aber wenn ein Ultra das hört, dass wir vielleicht, ja, so wie bei den Eisbären, wenn wir gewinnen, also beim Heimspiel, wenn wir gewinnen, dass er dann mal, schau, hier, da liegt ein toter Fisch im Wasser im Stadion und kommt, das wäre, das würde ich super finden, muss ich sagen, wenn wir das irgendwie unterschreiben können, so eine Petition rausschicken an den Jahren, das wäre super. Ich liebe dich, ich habe ja gefordert, dass das unsere neue Tormusik wird. Ja, ich würde es super finden. Aber wahrscheinlich wären wir dann zu abgelenkt davon. Ja, aber dann müsstest du ja auch eine Choreo einstudieren zu diesem Lied, weil da kann man bestimmt, ja, da können wir... Einer, der so zappelnd am Boden liegt. Da haben wir schon ein paar, da haben wir im Trinkslager was gesehen, aber, ja, da kommt dann eine Choreo. Ich glaube, das lässt sich, glaube ich, einrichten, zum Stadion-DJ haben wir auch keinen so schlechten Kontakt. Ja, das wäre echt super, muss ich sagen. Dann wünsche ich, dann vielen, vielen Dank für das gute Interview und auf eine geile Saison und auf eine, auf eine geile Nicht-Abstiegsparty dann ab einem Jahr. Absolut, das ist genauso. Ciao. Ciao, ciao. Kurzen Dank zum Schluss noch. Es sind noch einige Spenden eingegangen, ich habe es jetzt nicht aufgelistet. Den Unterstützerdank mache ich dann bei der nächsten Folge, die müsste so Mitte nächster Woche rauskommen, eben nochmal die Saison Vorschau-Folge mit Turmfunker und vielleicht Tobi Braun. Mal schauen, wer dann Zeit hat. Letztendlich, wir stimmen uns gerade noch ab. Also, wenn ihr das Podcast-Projekt unterstützen wollt, dann gerne mit finanziellen Spenden, wie das geht, auch auf 1889fm.de, auf unterstützen klicken oder in den Shownotes nachlesen. Schreibt gerne auch irgendwas in den Betreff rein, wenn ihr wollt, dass ich das dann eben im Unterstützerdank nächste Woche dann sage und wenn ihr eure Adresse reinschreibt und mindestens 5 Euro spendet, dann gibt es auch noch ein Sticker-Paket zugesendet und wenn ihr lustige Ideen habt, was wir noch verlosen können, dann gerne auch Feedback, gerne auch über Discord. Ich habe letztens gesehen, dass der Söder Döneressen mit ihm verlost, anlässlich, glaube ich, seiner 500.000 Abonnenten. Könnt man ja mal auch ein Knacker-Essen verlosen oder so. Also, gebt mal Feedback, wenn ihr Lust habt, wenn euch was Witziges einfällt und ansonsten spendet einfach die Kohle. Also, Servus, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.